Und wenn du jetzt zurückguckst in Richtung Geburt? Was empfindest du da? Was ist die Bilanz? Innerhalb von dieser Gruppe hat er uns wirklich gesagt, ja in meinem Leben war ich nur einmal wütend und dann ist es schiefgegangen. Stefan S., still, zurückhaltend, wirkt naiv, super nett. Als wir diese Beobachtung mit einem der Justizbeamten teilen, muss dieser laut lachen. Stefan S., das ist ein eiskalter Frauenmörder. Aber verstehst du den Sinn dieses Therapieprozesses? Also verstehst du die Methode, auf sein eigenes Leben zurückzuschauen und Schlüsse daraus zu ziehen? Man stellt immer die Frage als Mensch, warum? Ja, warum? Genau. Aber gibt es da eine Antwort? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, es gibt Antworten, aber wir sind immer da mit uns zufrieden. Außer Therapeuten und auf jeden Fall aus Gesellschaft. Wir versuchen uns vorzustellen, wie Stefan von hier aus Maria nachts in ihrer Wohnung beobachtet hat. Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!